Das ist die Familie Mustermann. Der Familie Mustermann gefällt ihr altes Badezimmer gar nicht mehr. Aber Lust auf den Staub und Dreck einer Badsanierung hat die Familie Mustermann auch nicht. Das sind die Brüder Barth. Die Brüder Barth und ihre Mitarbeiter wissen, wie man staub- und dreckfrei ein Badezimmer saniert. Und das geht so. Erst einmal nimmt sich der Jörg-Bad Zeit für die Familie Mustermann und sucht in aller Ruhe in der Badausstellung alle Elemente aus, die ins neue Badezimmer hinein sollen. Wenn man dann alles ausgesucht hat und sich einig geworden ist, besiegelt man den Festpreis mit einem Handschlag. Jetzt können die Bads loslegen. Erst einmal wird alles abgeklebt und die Staubabzugsanlage installiert. Die sorgt dafür, dass der Staub und Dreck auf der Baustelle bleiben und nicht das ganze Haus fliegt. Dreck auf der Baustelle Und fertig. Aus dem alten Badezimmer der Familie Mustermann wurde eine moderne neue Wohlfühloase. Staub- und dreckfrei saniert zum Festpreis. Staub- und dreckfreie Badezanierung. Alles aus einer Hand zum Festpreis. Peter, Bad GmbH. Untertitelung. BR 2018